Wald ist die grüne Lunge unserer Erde. Er nimmt Schadstoffe, zum Beispiel Kohlendioxid, auf und verwandelt sie in Sauerstoff. Wussten Sie, dass auch ein Parkettboden das Klima eines Raumes beeinflusst? Das Holz puffert zum Beispiel Feuchtigkeit und gibt sie bei trockener Luft wieder langsam ab. Der Boden alleine kann das Raumklima natürlich nicht regulieren, aber er kann Ihnen dabei helfen, ein gesundes Raumklima zu erhalten. Deshalb sind in unseren intelligenten Sonnberg-Parkettböden Hightech-Sensoren eingebaut. Die Sensoren messen über den Parkettboden die Raumluftfeuchte und ermitteln die Oberflächentemperatur des Parketts. Sie können die Daten mit einer App auf Ihrem Smartphone oder Tablet-PC abfragen. Die Informationen zeigen Ihnen, ob das Klima stimmt oder ob Sie nachregulieren sollten, um eine gesunde Wohnatmosphäre zu schaffen. Ein gutes Klima ist nicht nur für die Gesundheit Ihrer Familie wichtig. Es erhöht auch die Lebensdauer Ihres Bodens. Geht es Ihrem Parkettboden gut, geht es auch Ihnen gut. Das macht unsere intelligenten Böden zur Lunge Ihrer Wohnung. Geht es Ihnen gut. 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 Geht es Ihnen gut.